ein hallo an die werte zuhörerschaft wir spielen immer noch panzerkorps wir sind am ende des 13 zuges die ki ist gleich dran und wir befinden uns mitten im winter ende december alles ist schnee bedeckt es schneit auf flüsse flüsse sind zugefroren und wir erwarten jetzt die gegenschläge der briten und der sowjets vor allem die sowjetischen gegenschläge vor denen habe ich ein bisschen wammel wie gesagt die flüsse sind zugefroren die sümpfe auch das heißt ehemalige sichere stellung oder sichere routen können jetzt halt von streitkräften umgang werden bin ich mal gespannt wo es uns am meisten trifft ob wir an der südfront besonders viel stress bekommen oder ob es hier oben eher im norden sein wird bei linikrat mal gucken ihr werdet es erleben das ist eine sehr schöne nachricht auf die habe ich eigentlich die ganze zeit gewartet die sowjetischen streitkräfte in der nähe von kiew die wir mit diesem kessel oder position des kessels eingeschlossen haben beginnen sich aufzulösen zu ergeben und ein weiteres ereignis mit dem wir berechnet hatten unsere schnellblatt flottille westlich von gebrall da worte vernichtet die briten fliegen wieder angriffe mit ihren jägern das ist erstaunlich dafür dass die immerhin gar nicht angreifen können durch das wetter und feindliche panzer fahren den hinterhalte hast die matilda jetzt ein t26s noch ein t26s ein bt fünf oder sieben kann ich jetzt nicht genau erkennen auch die ersten hinterhalt gemacht hat es aber wesentlich mehr wege getan als wie ihm und der t34 finischt unseren aufklärer leider noch mal den hinterhalt gefahren also die kai scheint nicht zu schieten sondern wirklich genauso schlecht zu sehen bei dem wetter wie wir und macht hat jetzt dadurch dass das wetter es erlaubt hat wirklich massiver angriff auf unserer stellung das interessiert die überhaupt nicht einfach attacke mit dem panzer auch das war ein verlost mit dem wir rechnen mussten leider die waren halt schon sehr geschwächt und in afrika so schnell geht der sprung vom hohen norden in den tiefen süden das war's ok verluste sind ja noch überschaubar das war ja im grunde nur die schnellportfotille und der eine aufklare wenn ich das richtig gesehen habe bzw noch die eine infanterie genau bei leningrad also drei einheiten haben wir jetzt wieder verloren aber es sind halt zumindest zwei verluste die leider unvermeidbar waren also das wäre jetzt extremes glück gewesen wenn dieses noch hätten überleben können gut damit haben wir das jahr 2042 erreicht finden uns im dritten januar das wetter wie ihr sehen könnt ist immer noch schneereich immer noch alles gefroren und nächste runde wird oder für nächste runde wird einmal 80 prozent wahrscheinlichkeit klarer himmel angezeigt vorne boden klarer himmel das wäre natürlich super wenn das würde heißen dass wir unsere flugzeuge wieder einsetzen können dann bekommen wir ab dieser runde die türpiz zur verfügung gestellt es gab nur zwei deutsche schlachtschiffe die im zweiten weltkrieg zum einsatz bereit standen das war die bismarck und die türpiz oder schicksal der bismarck ist ja hinlänglich alles bekannt wohingegen die türpiz die ein schwesterschiff dieses der bismarck war also genauso kampfstark nie wirklich zu einem kampfeinsatz auslief sondern die ganze zeit hat immer in sicheren häfen meistens in norwegen stationiert war und dort auch geschützt wurde durch torpedofang netze und flak unterstützung et cetera also als potenzielle gefahr der briten so dass sie sich nie sicher sein konnten wann läuft dieses schiff aus oder den kampfverband mit diesem schiff als als zentrum und alles daran setzten halt die türpiz am auslaufen zu hindern was ihnen auch gelang also es wurden spezielle überlegen dass ich kein quatsch erzähle ich wollte ich glaube sie wurde durch flugzeuge schwer beschädigt sogar mehrfach und immer die werftige zeit beziehungsweise reparaturen sorgte dafür dass ich schiff nie wirklich auslaufen konnte das war also viel verschwendete energie material ausgebildetes personal et cetera dafür dass es nie wirklich eingesetzt werden konnte sollte nun ja uns steht zur verfügung finde ich super steht hier es kann halt in kampfversetzen eingesetzt werden weil tests und trainingsfahrten hinter diesem schiff liegen da ist es auch schon das schätzchen also wir haben hier oben ja den schweren kreuzer und wir haben hier drüben die türpiz und jetzt kann man wieder in der spalte der der kampfwerter sie drüben vergleichen sie haben beide dieselbe kampfreichweite und aufklärungsreichweite aber die türpiz hat vier punkte höhere initiative die kampfwerter gegen infanterie und gepanzerte ziele an land sind um einen punkt besser gegen flugzeugen um einen punkt besser also mehr flackabwehr zwei punkte mehr schaden gegen schiffe zwei punkte bessere panzerung ein punkt besser abwehr gegen flugzeuge ein punkt besser abwehr im nahkampf also in allem etwas besser außerdem verfügt sie über noch mehr treibstoff jetzt also 500 punkte treibstoff das ist beachtlich also ich hoffe dass wir mit diesem schiff halt auch ein bisschen was erreichen können gut das war's an neuigkeiten in diesem zug wir beginnen mal hier oben an der handelsroute zu agieren und setzen unsere u-boote wie gehabt auf diesen nachschubrouten ein stationieren sie auf diesen dollar zeichen gekennzeichneten punkten da wir ja pro dollar zeichen das hatte ich ganz am anfang schon mal erzählt 50 prestige punkte bekommen also die beiden boote sichern uns 100 prestige diese runde das ist super und natürlich hoffe ich dass ich demnächst mal wieder neue einheiten dort hoch schicken kann momentan sind die ja eher alle im bundzug begriffen um die rute halt noch weiter anzugreifen und noch mehr prestige zu generieren das ist unser u-boot geschwader es wurde der siebten vortille was zurückkehren musste weil es halt beschädigt war und fast leer geschossen dann können wir jetzt für 60 prestige die volle also komplett reparieren für 60 prestige oder 180 für elite prestige über 180 ist mit zu viel wir haben ja gerade mal 479 punkte also für 60 das muss reichen dann hat es zwar keine erfahrungsgrade im zweiten level also es hat nur 188 statt über 200 punkte aber da sie es sowieso nicht auf überstärke bringt ist das bisschen dieser kleine unterschied nicht so gravierend das sind unsere schweren einheiten die im kanal schon befindlich sind und die möchten wir einsetzen um hier unten bei gibraltar anzugreifen wir haben ja gesehen das hat mindestens drei verbände standen also ein schlachtschiff und zwei zerstörerflottillen die konnte unser schnellboot ja noch scouten bevor es vernichtet wurde und jetzt nutze mir dieses momentan noch schlechte wetter aus um schon mal auszulaufen also hier habe ich eigentlich auch keine angst dass die dass die munition oder der sprit vor allen dingen nicht reicht die haben halt wirklich genug mit munition ist halt eher ein problem die hat immer nur zehn schuss was ich ein bisschen wenig finde klar man geht wahrscheinlich unter schweren artillerie aus aber die haben ja auch noch mittel artillerie und leichte und flag und was auch immer also ich hätte so einem schiff auf jeden fall 15 schuss oder 20 schuss munition gegeben das können die schon locker mit führen gut das dazu ist erst mal dass der haben ja mal leer ist ja das war jetzt die ganze zeit belegt immer ok was machen wir noch wir verlegen mal unseren jäger hier rüber ziehen sozusagen alles ein bisschen zentraler zusammen muss ich erst mal den hier wegnehmen genau der nach dort danach dort so dass wir dann eher in reichweite des kanals sind also unsere drei staffen stehen halt hier hier und hier und hier und hier ist ja der kanal den wir durchqueren mit unsere schiffseinheiten das ist immer ein bisschen näher dran und ich ziehe auch die flagge ein bisschen weiter vor und hoffe halt dass die dann in der lage ist diesen diesen durchbruch angemessen zu unterstützen das sind die schiffe die dafür vorgesehen sind die ja schon bereit liegen und damit fangen wir auch an ich hatte ja gesagt dass ich meine ganze flotte zusammenfassen möchte um gegen gepralter vorzugehen das ist mein ziel und das bringt in meiner meinung nach hat wirklich nur was wenn ich halt das relativ kompromisslos mache also wenn ich wirklich sage was soll es entweder funktioniert das unternehmen und ich schaffe es mit diesen schiffen oder das war es halt wir werden überall sieben gesichtet die die küste von großbritannien beschützen aber die sind uns egal wir greifen sie nicht an wir wollen ja nicht in großbritannien landen wir wollen nur durch den kanal so von hier oben holen wir uns noch in so ein scoutendes schnellboot das ziehen wir hier runter und das andere ziehen wir ein bisschen auf die küste der briten zu eventuelle kräfte von skapa floh aus zu uns stoßen könnten um diesen diesen durchbruch zu verhindern abzufangen oder zumindest mitzubekommen dann haben wir hier jedes erwähnte schlachtschiff und auch die admirer share die erst auf neun punkte statt zehn punkte stärke ist setze ich jetzt ein dann haben wir hier noch ein u-boot geschwader alles andersrum es wird halt von mir so viel wie möglich an einheiten übergelegt haben hier drei schiffseinheiten und hier haben wir weitere vier sieben also das sind schon mal zehn die schnellboote sind zwölf und die drei schweren hier drüben damit haben wir 15 schiffseinheiten das ist fast alles was die deutsche marine überhaupt zur verfügung hat und die waren alle geballt eingesetzt um geprallt haben und die flotte bei geprallt haben zu vernichten ich hoffe das funktioniert außerdem hat man gesagt dass wir diese pokowulf 200 welche ja immerhin 220 spritpunkte hat also wirklich weit reicht einsetzen möchten um das ganze zu unterstützen und hier gibt es zwei möglichkeiten ich sag das mal kurz auf strategischer karte wir finden uns hier an dem flughafen also bei bordeaux und da wir dieses gelände diese neutralen zonen ja nicht überfliegen dürfen also spanien und portugal müssen wir es entweder hier umführen um die iberische halbwinsel westlich oder wir müssen es durch diesen schmalen durchbruch zwischen dem besetzten frankreich und der schweiz durchführen müssten dann sozusagen noch mal in sardinien zwischenlanden und vor dort aus durchstoßen ich glaube das werde ich auch machen das hat nämlich den vorteil wenn ich es hier lang schicke dass es im grunde nicht abgefangen werden kann es befindet sich ja hier weit und breit kein feindlicher flughafen der einzige ist der briten ist bei gepralter und der andere ist auf malta aber die sind alle zu weit weg um mich hier oben irgendwo abzufangen also nehme ich diesen weg damit sind unsere seereinheiten unterwegs die kriegsmarine rückt sozusagen aus gab im zweiten weltkrieg kein einziges unternehmen dieses dieser größenordnung überhaupt nicht es wurde halt handelskrieg geführt es gab den berühmten vorstoß der bismarck und der prinz eugen wo die bismarck halt verloren ging und es gab den kanaldurchbruch der schornost und kneisenau von frankreich richtung deutschland und das war es dann auch schon ansonsten kam mal zerstörer zum einsatz schnellboote torpedoboote boot die flackschutz fuhren für die u-boote und natürlich die u-boote selbst aber sowas wie hier dass wir wirklich alles zusammenfassen und mal versuchen damit was zu erreichen gab es nie warum ich das überhaupt mache es hat zwei gründe erstes mal habe ich mir viel prestige und zeit kosten lassen die seestreitkräfte auf auf eine menale stärke zu bringen das ist das eine und dann bin ich der meinung wenn ich schon so viel prestige darin investiere dann sollte dieses prestige auch nicht sinnfrei investiert sein sondern dann müssen diese einheiten auch irgendwas bewirken irgendeinen sinn müssen sie haben und zweitens denke ich mal es ist ganz witzig für euch zu sehen und auch für mich was wäre wenn wie wäre es denn gewesen wenn die kriegsmarine so eingesetzt worden wäre hätte sie eine chance gehabt kann sie was erreichen es ist ein himmelfahrtskommando oder es ist ein glorreicher triumph der uns bevorsteht wir werden es erleben wir werden es erleben ok also das zur kriegsmarine damit sind wir durch und jetzt gehen wir zur italienischen marine die sich ja im mittelmeer muss man sagen wirklich gut schlägt wir wollten das kleine schnellboot das maßboot auch richtung gebralter schicken um einfach mal zu scouten kommt da noch was was steht da auf dieser seite vom gebralter also bereits im mittelmeer auf der östlichen seite des durchstopfes das passiert jetzt auch ich schicke es auf den weg es hat zum glück insgesamt 90 spritpunkte jetzt noch 66 und ich werde zwei runden hier in die richtung schicken und dann hat wieder zurück verlegen damit es halt auftanken kann also das wäre schade wenn wir das auch noch verlieren so ich weiß oder ich bilde mir ein dass es so war dass hier unten noch irgendwo ein u-boot war ich weiß aber nicht wo also müssten wir das versuchen zu scouten mit unseren flugzeugen wird es nicht funktionieren die sind ja immer noch dürfen ja noch nicht ich lasse die deswegen abtauchen weil halt aufgetauchte u-boote nicht gegen abgetauchte u-boote kämpfen können genau andersrum ist es die abgetauchten bote können ihre torpedos einsetzen ich nicht und würde also mein boot verlieren das muss ja nicht sein also lasse ich sozusagen vorsichtig vorgehen ich sehe aber hier zumindest nichts jetzt hier noch ein zerstörer geschwadert das kann auch ein bisschen gucken gehen irgendwo muss es ja sein entdeckt auch nichts dann haben wir ein u-boot das brauchen munition da hilft man auch gern und wir haben jetzt eine britische staffel gescoutet die hurricane da wollte ich einfach nur auf das gute wetter um die hurricane dann wirklich mal wieder ein bisschen zu beschäftigen ich habe jetzt ein bisschen bammel die vittorio veneto hier rüber zu schicken erstes maße das eigentlich schwere schiff dann das andere sind ja nur zerstörer zweitens mal wie gesagt ist hier ein u-boot eventuell sind noch mehr unterwegs ich weiß es nicht genau und das resultiert in schweren verlust an diesem schiff und wie lange es dauert so ein schiff auf volle stärke zu bringen zu reparieren wisst ihr ja jeder punkt kostet eine runde und 50 prestige also wenn es zum beispiel um fünf punkte fünf punkte verliert dann brauche ich insgesamt zweieinhalb monate spielzeit plus 250 prestige das wieder in ordnung zu bringen und das ist es mir nicht wert also ziehe ich jetzt hier weg und es fährt richtung nordafrika ich hoffe hier drüben sind ich auch noch irgendwo u-boot ja das haben wir so gemacht wir haben hier oben keinerlei schiffe mehr die sind jetzt alle hier ok was wollten wir in afrika machen in afrika wollten wir vor allen dingen unsere nachschubtruppen landen wir hatten ja den panzer 3j gekauft in griechenland verladen übers meer gebracht und jetzt ist es soweit zum glück konnte Tobruk genommen werden und der tiefseehafen ermöglicht uns jetzt auch das schiff auszuladen und einzusetzen das muss man diese infanterie der wehrmacht hier raus ziehen jetzt kann man das schiff hier reinfahren lassen also nächste runde kann es wirklich landen das ist klasse endlich endlich außerdem könnten wir unsere einheit mal wieder in ordnung bringen die haben ja alle ermächtig leiden müssen wo ich es mir leisten kann setze ich gerne elite prestige ein da sind ja auch elitäre truppen die hier stehen oder gute truppen die hier stehen und wenn wir die schon zur verfügung haben denke ich mal sollten wir auch dafür sorgen dass die dann mit maximaler effizienz angreifen können natürlich blöd das steht uns jetzt im weg hier manchmal läuft es halt nicht so toll dass die flak die wird ein bisschen repariert also wir haben dann hier immerhin fünf infanterieinheiten die benutzt werden können das sollte ausreichend sein viel wichtiger ist was hier passiert wir wissen hier steht die matilda und dahinter steht noch ein cruiserpanzer also stand ein cruiserpanzer ob der noch da steht oder ob der bezieher eine südliche abkürzung genommen hat um diesen höhenzug anzugreifen das weiß ich natürlich nicht deswegen bewege ich diese kleine pack stück für stück hier runter um die hatte kleine deckung zu schaffen also dass die hat den zugang schützt natürlich können jetzt immer noch weiter hinten umgehen man sieht sie ja afrika ist groß also ich kann auch große umgehungsmanöver gefahren werden aber ich denke mal wenn man die park hierhin positionieren dann ist es schon mal relativ safe ok was kann man noch machen wir können noch wir hatten noch zwei schuss munitionen müssen wir aufpassen wir hatten noch drei schuss da riskiere ich mal einen schuss auf dem panzer ist aber leider nicht unterdrückt worden ich jetzt selber angreife tut das noch sehr sehr weh lassen wir unsere schweren schiffe mal drauf feuern die dann leider leer sind das ist halt so ein ding wie ich schon sagte zehn schuss munition reicht nicht wirklich lange die müssen wir also jetzt zwanghaft zum auf munitionieren schicken bisschen schade eins schicke ich hier nach kreta und das andere schicke ich hier rüber nach bengasi dann haben wir halt hier noch ein paar zerstörer den ich trotzdem angreife weil die matilda so schon schwer zu knacken ist das ist ja mal gleich sehen ob so komisch wieso kann ich hier rein fahren jetzt ob das andere die andere panzereinheit noch hier steht an die den cruiser hat man zerstört und hier steht hier eine valentine ok und dahinter kommt schon neue infanterie indische infanterie von den werten mindestens so gut wie unsere eigner so schön dass wir wieder ein bild gewählt haben wo man die halt sehen kann gut nicht so standard bildchen sondern das sind eindeutig hinter das gefällt mir das könnte mal versuchen die anzugreifen und zwar mache ich das folgendermaßen nicht ich würde jetzt gern ich würde jetzt gern mein panzer angreifen lassen und die pack reparieren oder aber den panzer hinten angreifen lassen die pack reparieren ist alles so ok mach es so wir zerstören die feindliche pack die uns den rückweg abgeschnitten hat und die bei einem kampf wenn wir schaden kriegen dafür sorgen wir dass unser panzer zerstört wird weil wir uns ja nicht hätten zurückziehen können das wäre quatsch also das kann man auch nicht machen verdammt 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 ist ja süß das sehe ich gerade was für ein süßes kleines transportfahrzeug pavessi p4 100 ist ja niedlich habe ich überhaupt noch nie gesehen in so einem spiel finde ich süß das machen wir auch nicht weil passiert nämlich genau dasselbe wenn ich jetzt hier eine einheit hinstelle kann der panzer sich aber sich zurückziehen weil dieser punkt ist ja nur erreichbar über diese ecke habe ich ja schon mal festgestellt da muss ich mal so fahren also hier lassen wir jetzt einfach platz so und natürlich lockt das jetzt hier anzugreifen und immerhin fünf verluste zu verursachen ich weiß es halt nicht oder zu reparieren bei 27 prestige kann ich ihn auf 9 bringen dann wird jeder angriff auf diese auf diese pack durch artilleriefeuer unterdrückt schwierig ok wir versuchen es mit dem angriff zwei verluste gegen sechs jeweils einer mehr als erwartet das ist nicht davon wahnsinnig das hat fast zerstören können aber ich muss hier halt die pack angreifen gut 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 die würde ich jetzt am liebsten fast dort wegnehmen wollen aber ich habe halt hier auch nichts vernünftiges zur verteidigung wenn ich die jetzt hier wegnehme ist eine lücke offen und dann kann ein panzer halt hier hochfahren auf diesen diesen passweg und meine artillerie angreifen das ist ja auch nicht gerade toll wenn ich ihn dort stehen lasse kann es natürlich passieren dass sie mit ihrer infanterie ranziehen nehmen wir den zerstören das ist sinn wie her wir entscheiden uns mal für den den feigen weg in anführungsstrichen nehme die weg was denn wirklich diese schwache artillerie hier vorne stehen die aber noch einmal gedeckt wird und wenn es ein panzersichereien bewegt hoffe ich den trotzdem zerstören zu können das ist jetzt nicht meine wunsch oder ideale lösung aber ich möchte auf keinen fall die 8 achter verlieren das ist halt das stärkste panzer abwehr mittel was wir besitzen und auch die stärkste luft abwehr die wir besitzen und wenn die da auch noch drauf geht dann wird es auch für die zukunft her ziemlich schlimm deswegen diese seltsame angriff und zurückzug aktion knacken konnten wir der mattiller leider immer noch nicht das ist halt ein heftiges teil das ist halt schwer gepanzert 15 punkte und die valentine ist nicht viel schlechter die ist halt 13 punkte gepanzert also das sind schon ganz schöne brocken sind wir hier oben hier hatten wir ja die partisan entdeckt die uns genervt haben und die wir noch zu gerne loswerden möchten ist übrigens der zweite panzer schieb ich auch hier runter wir hatten ja momentan nur die schiffe zur verfügung also nächste runde besseres wetter das wäre schon was einfach nur damit wir sagen können ich setze meine flugzeuge ein oh da wird ein flugzeug gescoutet das ist ein weiterer hurricane des feindes wo sehe ich denn wie viel sprit die noch hat maximal full sehe ich aber ich sehe nicht wie viel die noch hat na gut das macht ja nichts die muss ich sehr oder so in richtung flughafen zurückziehen die ist halt fast leer wahrscheinlich fliegt die dann nach nicosia also nach zypern dort befindet sich ein flughafen oder hier runter bei meersa marut das wären halt die beiden nächstliegenden britischen stützpunkte für flugeinheiten irgendwo dort wird sie landen ok soweit im mittelmeer damit haben wir hier alles getan ich schaue bloß mal von weiten nur so über den balkan ob da irgendwas zu erledigen war wir hatten gesagt wir wollen budapest sichern das ist uns lieber als das so frei zu lassen man weiß ja nie wo die partisanen auftauchen das ist dann auch passiert und wir wollen das sieht man mal in die stadt diese truppen nachher verlegen die sicherungseinheiten richtung russland aber das mache ich dann mit den landstreitkräften und der reichsgruppe dort im süd und das sowjetische front zusammen das sieht man das jetzt nicht dann kommen wir zum schwarzen meer dort mussten unsere schiffe ja auch ganz schön bluten da schleppt sich immer noch dieses U-Boot das rumänische U-Boot die zweite Flotilla die immerhin 23 Verluste verursachen konnte was heftig ist schleppt sich Richtung Heimathäfen wird aber noch eine weile dauern und wir ziehen diese ich weiß auch mal nicht wie die nennen soll man sagt ja Flussbote sagt man ja nicht Flusskähne sind es auch nicht ich würde es einfach mal als Küstenschutzeinheiten betrachten also wie auch immer die halt auf den Flüssen operieren können diese Truppen ziehen wir ja zurück und Konstantia können wir die halt verstärken wenn es nicht zu teuer wird müssen wir mal gucken 186 Prestige ist halt wieder arg schwach die russen selber haben sich hier offenbart die haben ihr Schlachtschiff die Pariskaya Comuna in die Richtung von Edessa gezogen genau wie die zweite Zerstörerflotille wir wissen also jetzt wo die schweren Einheiten des Feindes stehen und ich hoffe wirklich dass das Wetter gut wird und dann sind sie nämlich fällig unsere Bombengeschwader freuen sich schon darauf mit denen Bekanntschaft zu machen also das Ding hat uns schon ganz schön geärgert hier sieht man es ja 15 Schadenspunkte verursacht nur eine erhalten und wenn das los ist ist halt die Bedrohung die größte Bedrohung im Schwarzen Meer auch dann vernichtet weil sie sind noch U-Boote unterwegs und ein paar Zerstörer aber es gibt halt nur dieses eine Schlachtschiff soweit ich weiß was dazu und dann schauen wir uns nochmal ganz im Norden um bei unseren Finnen das letzte Mal hatten wir oder das vorletzte Mal sogar schon neue Infanterie gekauft die finnischen Jäger die vierten und die bewegen sich Richtung Petro Zardowsk wo ja heftige Kämpfe toben und es jetzt darum geht diese Stadt diese Runde vielleicht dann nicht aber nächste Runde einzunehmen also noch im Januar des Jahres 42 wir haben hier geschwächte Artillerie in der Stadt 76,2 Millimeter Artillerie das waren eigentlich auch so die Standardgeschütze der sowjetische Streitkräfte die haben die für alle Aufgaben eingesetzt also als klassische Artillerie als Infanterie-Unterstützungsvariante zum Infanteriegeschütz und auch zur Panzerabwehr die haben halt eine sehr hohe Geschossgeschwindigkeit erreicht also der Geschosse und ich glaube die war als Ratschbum bekannt wenn ich mich nicht fällig irre weil es halt einfach so schnell so ein schnelles Geschoss und dieser typische Klang zu hören war vor denen hatten die Deutschen auch Respekt und wenn sie solche Geschütze erbeuten konnten wurden die auch gern eingesetzt ok das steht in der Stadt ist aber unterdrückt also es hat noch 8 Stärkepunkte 3 davon sind unterdrückt es kann also mit 5 Angriffskraft feuern wir haben daneben die 14. Soldaten das ist diese Eliteeinheit mit Anführer wie ihr nochmal seht der halt die Defensive dieser Truppe stärkt die ist auf 4 runter komplett unterdrückt oder ne 3 von 4 Punkten also einer kann zurückschießen und wir haben eine Standard-Soldateneinheit auch dies reduziert also theoretisch sollten wir jetzt hier gute Ergebnisse erzielen ich hoffe ich muss jetzt erstmal die Artillerie angreifen weil die ja Deckungsfeuer geben würde und jetzt versuche ich mich noch an den Soldaten jawoll das ist perfekt ausgelöscht das ist perfekt nein ihr sollt nicht in den Wagen gehen das ist ein bisschen ärgerlich ein Panzer wenn man nur reparieren das kostet 2 Haufen Geld ja da reicht dann die normale Verstärkung bleibt ja trotzdem bei über 200 245 oder 207 macht spielerisch keinen Unterschied deswegen lassen wir einfach das 207 kostet ein Drittel des Prestiges einer Elite-Verstärkung so nächste Runde ist dann auf jeden Fall Peter Sadovs gefallen mit nur dieser einen schwachen Artillerie und dieser einen kleinen Truppe können sie das halt nicht reißen wir haben jetzt immer noch 4 Einheiten eine weitere ist auf dem Weg das freut mich außerdem werde ich jetzt noch was ja vielleicht ein bisschen ein Risiko hat aber ich werde es einfach tun ich werde jetzt eine weitere Infanterie die siebte von hier abziehen auch hier hoch schicken denn wenn wir Peter Sadovs nehmen können können wir unsere weiteren Pläne wie zum Beispiel einen Vorstoß nach Archelansk oder nach Wolokta oder von hinten sozusagen aus dem Osten Richtung Leningrad auch in Anschluss können wir halt machen können wir halt probieren zur Sicherung von Vipuri brauche ich wirklich nur diese Einheiten mehr muss da nicht sein wie üblich alles repariert und das reicht mir dann auch außerdem vermute ich ja dass der Druck den wir dann von Süden aus gegen Leningrad entfesseln dafür sorgt dass die Russen eher noch Truppen von dieser Front abziehen als hier zu verstärken also ich denke dass diese beiden Infanteries die Artillerie die Flak und hier drüben habe ich eine Pack und mit Unterstützung der Luftwaffe der finnischen ausreichen um diese Stadt zu sichern und alles andere schicke ich halt hier rüber gut das dann dazu ich glaube wir sind dann auch fertig mit unseren Nebenkriegsschauplätzen ich mache wie üblich einen Präg und ihr seht dann gleich im zweiten Video wie es an der Ostfront läuft bis dahin